Hallo Leute und herzlich willkommen zurück bei Sea of... Verstehst du? Ach du hast schon angefangen? Ja die können ja den Titel lesen. Ja natürlich, natürlich. Die sind ja nicht blind die Leute. Gehst du nach unten und holst nur meine Birkenholzdinger. Hörst du mal auf das Wasser runterfließen zu lassen? Was ist mit dir los ey? Nö. Was ist mit dir los? Die Lava hab ich mir gedacht. Da könntest du ein bisschen... Stimmt wir können ja nicht... Wir könnten die Lava eigentlich mit Wasser wegmachen. Seht zwar scheiße aus, würde aber die Legs reduzieren. Die Legs. Verstehst du? Nö. Verkläst du es mir bitte? Nö. Okay. Ich hab einen Holzblock aufgesammelt. Einen Holzblock. Da sollten aber 5 sein ey. Die sind in die Lava geflossen glaube ich. Aber da ist doch keine Lava. Deine Axt ist kaputt gegangen. Nein ist sie nicht. Schade. War eine Illusion. Ich hab noch eine Diamanten damit. Ganz viel. Warum kann ich jetzt nicht... Ja. Da wollte ich ihn hin haben. Alter jetzt machst du alles wieder kaputt. Machst alles wieder... Komm. Komm da her. Mit der scheiß Axt. Du. Aber du mit deinem Schwert und deinem verkackten Bogen weißt du. Ja ich darf das ja auch. Deinem verkackten scheiß Schwertbogen. Was? Schwertbogen. Das wärs aber für mich. Was? Kann man ja nicht auf Pfeile verzaubern? Nö kann man nicht. Nein aber Bögen. Und dann werden ja die Pfeile verzaubert. Haben wir denn Bögen? Nee. Haben wir einen Bogen. Oh doch hier. Die können wir kombinieren. Und dann haben wir einen neuen Bogen. Und dann verzauber ich den mal. Auf Level... Ich hab jetzt Level 18. Lohnt sich das? Ja eigentlich schon. Doch. Natürlich von uns geht das. Nicht. Ja es kommen eh immer dieselben Verzauberungen raus. Ist egal wie, was, wo. Nee. Bei Level... Ab Level 20 könntest du zwei Verzauberungen rauskommen. Okay wenn du 20 könntest du zwei Verzauberungen rauskommen. Dann töd ich dich halt ein paar Mal und nimm deine XP mit. Was ist los? Ich hab nur 27. Läuft doch. Reicht doch. Was ist los? Aber die verlierst du ja auch nicht. Weil wir ja... Immer noch... Keep Inventory True haben. Was haben wir? Ich hab den nicht ganz verstanden. Die Akustik ist gerade richtig schlecht bei dir. Ja ja. Deine Mutter auch. Nee die ist gerade nicht zu Hause. Erstmal Mutter willst du einschieben. Läuft. Läuft. Ich hab hier noch einen Holzblock. Nimm. Wo hat's vorhin nicht gebrannt. Ich würd gern mal die Monstervalle ein bisschen angehen. Ja. Viel Spaß. Es regnet gerade. Aber nur auf diesem Teil der Insel. Weil unser Teil der Insel ist cool. Ah ich brenne. Jetzt kann ich mich ja gleich umbringen. Das ist ansteckend dieses cool wovon du redest. Ja mit K-U-H-L. Mega richtig Babo. Ich hätt gern mal ne Cola hier. Die müsste ich mir grad mal holen. Aber ich kann ja nicht. Ah ich hab eine. Hör mal hör mal. Irgendwie schmeckt die komisch. Irgendwie schmeckt die komisch. Ja. Ich hab nen ganzen Kasten draus stehen. Aber naja. Du weißt wie es ist. Ich hab gar keinen. Doch ich hab nen Keller. Aber da geh ich nie rein. Ah. Besser. Ich bin besser. Nur weil ich nen Keller hab. Geh weg. Yo. Was ist los? Ich hab nen Keller alter. Mach mal. Mach mal. Mach mal. Äh. Kekse. Was? Ich hab keine. Ah. Da kommt was runter. Was. Was. Ich wollte heute einfach welche backen. Ja hab ich gehört. Hast aber irgendwie dann doch gelassen. Warum ist in der Holzküste Glasplanen mit dran. Weil. Kannst du mir das erklären alter? Kannst du mir das erklären? Da bin ich schon wieder so aktiv. Flippt er das mal aus ey. Alter. Ich baue hier den Skelett Spawner aus. Und du. Was machst du? Du kannst dich nur aufregen. Du kannst dich nur aufregen. Komm 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 komm. Nimm das einfach. Hier. Bitteschön. Was soll ich denn damit? Keine Ahnung. Ich will dich nicht aus Glas bauen. Glas ist scheiße alter. Komm mal. Komm mal klar. Niemand mag Glas. Doch ich. Nein. Bin ich etwa ein Niemand? Ja. Ja nein. Ich kann die Treppe nicht runtergehen. Ich steck fest. Ich bin zu fett. So. Ne. Jetzt geht's wieder. Haben wir hier Öfenfreie? Ja. Haben wir. Was hab ich denn hier? Block of Cool. Steckt mir hier noch ein Block of Cool ran. So. Also. Wie hast du dir die Monstervolle vorgestellt? Du bist ja da. Quasi ein. Ich wollte gar keine Hand. Ein tragender Architekt. Ja aber. Jetzt haben wir sie ja einmal. Ne. Ich halt mich da raus. Ich halt mich da raus. Du kannst dich so schön hässlich bauen. So schön hässlich bauen. Ich halt mein Dings da raus. Deinen Teil. Ist ja die Top. Was? Real Pay. Bitte was? Ich wollte gerade irgendwas sagen. Aber das kam sch... Warum sind eure Kappen größer als mein? Ich baue das doch da unten noch um. Ne. Du wolltest die außerdem so haben. What the fuck? Du hast letztes Mal noch gesagt. Ich will die so haben. Ich will jetzt auch ein größeres. Ne. Warte. Ich baue sie da um. Ne. Erstmal baust du die Monstervolle. Die baue ich nächstes Mal mit Adria. Ne. Wenn er mal wieder Zeit hat. Und nicht seine Freundin besuchen muss. Du wolltest du gerade... Alter. Ich war gerade kurz davor. Alter. Alter. Und oh warte mal. Hat sie ihn besucht? Ich glaube ja. Darauf erstmal ne Potion. Ich weiß ja nicht. Dann guckt er deine Folgen ist gerade die Frage. Ich glaube ja. Hallo. Ich hab nichts gesagt. Alter. Ja wenn du schon zapplingst... Wollen die Scheiße geritten? Nein. Es ist vorbei. Du kannst es natürlich auch zensieren. Aber dann wird er dich jemand fragen. Und was hast du da zensiert? Piep. Nein. Niemals. Nein. Würde er niemals machen. Wer ist gelassener junger Mann? Wer ist gelassen? Wer ist jung? So. Nein. Das artet schon wieder aus hier. Ah. Ich benutze jetzt die Glaspanes. Die du mir gegeben hast. Ja. Das kann ich. so zack zack. Wollen wir dich bunte machen? Das sieht gut aus. Wir haben keine Wolle. Hey das sieht gut aus hier. Weißt du das? 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 Was? Das kommt ja auch von mir. Äh. Nee. Also das ist jetzt so ne größere Kabine. Die sieht ganz gut aus. Verbinden. Was? Wie? Nein. Du kriegst ja ne andere. Am Ende des Gangs da unten wo du hingehörst. Boah. Okay ich möchte meine ganz unten. Hier. Hier. Ja ja. Hier kriegst du die auch hin. Ich baue das. Ich sperre das hier so ab. Okay. Dankeschön. Äh. Wie sperre ich das ab? Ich. Mach ich hier. Äh. Guck mal. 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 Guck mal her. Mhm. Mach ich hier noch so nen Balken hin? Hier so? So nen Birchwood Balken? Ja. Guck mal. Warte mal kurz. Dafür muss ich extra reinkommen. Ja doch. Das ist immer noch groß genug. Hier kann ich noch Fenster reinmachen. Ja. So mach mal dit. Das kann man. Mach dir sogar hier ein Fenster rein. So. So. Kann mich ja jemand später bespannern alter. Naja nicht ganz. Es geht. So warte mal. Hier machen wir mal ein anderes Fenster rein. Ich stehe in Flammen. Oh. Was machen wir denn da? Alter Java leckt mich doch am Arsch. Warum? Scheiß Java Update. Update Air? Hat er bei mir gestern auch geachtet? Ich mach's aber nicht. Und da kann er noch so oft fragen. Doch. Ich möchte das gleiche haben, was ich letztes Mal habe. Das kommt ja nur einmal nach Systemstart und ich starte ja mein System vielleicht alle fünf oder sechs Tage mal neu. Also beim PC läuft ja eigentlich durch. Von daher geht das immer noch. Läuft bei dir? Ja. Keine Ahnung. Ich hab zwar ne SSD und das booten dauert nur 10 Sekunden, aber nein. Ich bin gleich tot. Ich arbeite halt auch, wenn ich an der ABAP bin oder so. arbeite ich halt auch manchmal mit meinem PC und da läuft dann TeamViewer drauf. Und dann kann man das ja nicht so, ne? So. Jetzt hänge ich dir hier noch ein schönes Bild an die Wand. Ich werde sterben. Ach Quatsch. Doch, ich werde sterben. Nein. Oh, noch ist alles gut. Noch ist alles gut. Noch läuft's. Noch ein halbes Herz. Alter, wo ist das Bild hin? Nein, hier hat's nicht geschmissen. Ach, Bild. Please, not for us. Ja, doch. Das, 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 ja, das kann man lassen, ne? Ja, 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 ja. Hier kommt Fips rein. Nein. Hast du eigentlich mit meinen anderen Minecraften? Ne, hast du nicht. Was? Ich kaufe mir doch keinen. Ich hab dir gesagt, ich werde mir niemals einen neuen Minecraften kaufen. Natürlich, da hast du noch drum gebettelt. Hast mich noch drum angebettelt, dass ich da einen kaufe, weißt du? Nicht. Nein. Erstmal, erst mal sagen. Dann, dann, dann nachdenken. Das, das geht schon. So. Ich weiß nicht, was ich hier noch hinmachen soll. Ich mache hier noch eine Fackel hin. Zack. Zack. Ich glaube, ich werde sterben. Jetzt hat er natürlich Adrian, eine sehr kleine Kurie, aber damit muss er jetzt mal klarkommen. Na, obwohl, es ist eigentlich gemütlich. Ja, klar, leg mich doch. Dein Handy? Ja. Ich hab schon erwähnt, dein Handy. Hast du es schon erwähnt, ja? Hab ich schon mal erwähnt, dass ich dich hasse? Was? Ja, so ab und zu, fast in jeder Folge. Fast in jeder Folge. Naja, so schlimm ist es jetzt auch nicht. Das kannst du jetzt nicht so sagen. Ah, das stimmt allerdings. Nicht schlimmer. So, warte mal. Ich mache hier gerade mal, zack. Was? 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 Keine Meinung. Ich habe nichts gesagt. Adrian kriegt hier das größte Apartment. Warum auch immer. Nein, ich will doch nicht sterben. Alter, was machst du denn? Was? Was machst du? Ich mache hier gerade ein großes Apartment für den Herrn Dingens. So, dass ich es einrichten, wie er will. Oh, hier draußen sind ja auch noch Kissen. Was ist denn da drin? Ja, Schrott. Da hat er seinen Schrott drin abgeladen. Weißt du, deswegen mache ich das größte Apartment, weil ich ihn so hasse. Da ist Leder drin. So. So, kein Schrott. Mann, Mann, Mann. Guck doch mal hier. Nee. Das ist jetzt deins. Deins. Nee. Da. Guckst du dir an. Okay, warte mal. Ich baue das erst mal richtig. Ihr kriegt auch noch eine Crafting Bench. So. Und dein Bett kriegst du hin. So. Also die Wand ist jetzt noch nicht drin. Dann musst du, ne? Siehst du. Merkst du. Hier, Doppeltür. Weil ich großzügig bin. Wo ist mein Brewing Stand? Habe ich auch noch ein Inventar. Habe ich? Ja, habe ich. Warte, platzieren auf den Gravelblock. Nö, eigentlich auf den... Auf den Gravelblock. Ich dachte da drauf. Darauf kann man nichts platzieren, oder? Doch. Weil das stand ja vorher auch so da. Auf den Pumpkin? Ja. Ach, du kriegst eine persönliche Kiste. Kriegst auch, ne? Oder wir machen das so. Was? Ja. So machen wir das. Ne, warte, wir machen einfach den Pumpkin drunter. Ich hätte so gefeiert, wenn das angefangen hätte zu explodieren. Hier, so. Reicht der noch? Nein. Toll. Kommt da noch was hin. Da, da. Alter. Nein. Doch. Warum macht das weg? Ist ja eckhaft. Sieht doch schön aus. Und daraus baue ich dann... Gib mal die Glaspanels her. Wenn du noch recht übrig hast. Oh Gott. Unser allseits bekannten... Moment. Wo baue ich ihn hin? Da willst du das echt so lassen mit dem Glowstone. Mann, das baue ich gleich noch um. Das sieht hieslig aus. Hieslig. Ist doch mein... Hieslig. So. Der kriegt auch noch zwei Kisten hier. Können wir sich hier eigentlich einrichten, wer will. Der ist unser Glasdieter. Der Glasdieter. Hab ihn vermisst. Wo haben wir ihn überhaupt noch mal eingesetzt? Ach, wir haben das Teil auf ein Bücherregal gestellt, dem Braustand. Nicht auf ein Dingens. Wie kannst du nur? Ich hab ja hier Fortune, damit kann ich ja alles abbauen. Also ich hab Fortune auf der Spitze, aber da verlieren wir nichts. Ich schon. Äh, ich nicht, meine ich nicht. Also... Ein Bücherregal und... Hast du jetzt alles? Du hast alles. Sehr glücklich. Nein. Mir fehlt noch was ganz Wichtiges. Was denn? Eine Menge Fantasie. Ah, ja. Wird hell. Ja, es wird hell. Bin mal weg. Hast du den Nether jetzt endlich mal angeschaltet? Ja, hab ich. Echt? Aber den ist Server noch nicht restartet. Nein. Hahaha, ich hasse dich. Geil. Ja, einfach. Jetzt schreibt mich schon wieder jemand an. Du bist beliebt. Was ist los? Ich bin Fame, Digga. Was ist los, Alter? Was ist los? Fame. Fame or Shame? Was? Fame or Shame? Fame? Was schlaberst du? Was schlaberst du? So. Hast du überhaupt gelernt? Ich habe Fenster, Alter. Ich habe Fenster. Was ist los? Ich sterbe, wenn ich hier runterfalle. Was ist los, Alter? Fenster. Oh, ich hab das Lava. Scheiß, jetzt hab ich das Fenster abgebaut. Äh, ja, da war Lava. Hab ich gehört. Mist, Lava Lava. Oh, das Lied ist so scheiße. Ganz ehrlich. Ich schwör. Hast du irgendwelche relevanten Themen, über die du reden kannst? Äh, viele. Das ist aber nicht das passende Format dafür, das ist mir so aufgefallen, irgendwie. Keine Ahnung. Ja, über was wollen wir denn sonst reden? Über meinen Penis. Äh, das ist auch nicht das was mit dem Thema. Ja, hast aber recht. Riech doch einfach mal was an, Mensch. Schneid mal was an, aus deiner Jugend. Ich verstehe nicht, warum du nirgendwo was erzählen willst. Du sagst immer, ja, ich hab Themen, aber... Ja, hab ich ja auch. Aber das ist so... Äh. Ja, dann sag's mal. Also so. Kann ich doch entscheiden, ob ich's sagen will oder nicht. Ne, ich sag mir nicht. Keine Ahnung. Ähm. Wo's... Wo sind die Bücher? Bin ich blind? Ich bin bestimmt blind. Ja, ich bin blind, okay. Ähm. Ich muss mit dir da mal, äh, ne spontane Runde One in the Chamber oder so machen und da, äh, möchte ich mal was anschneiden. Wie so ne Torte. Jetzt machst du mir schon wieder Hunger, Alter. Darauf musst du erstmal einen Schluck Cola trinken. Genau. Also, genau. Okay. Alles klar. Ja, ja, ja. Ja, gut. Wir machen hier grad Werbung, ne? Wir kriegen der... Wir werden ja nicht sagen, welche Cola, also... Doch, Coca-Cola. Boah. Heftig, Digga. Ich glaub, du übersteuerst da ein bisschen. Kann das sein? Und die ganze Zeit, glaub ich schon. Nein, ich glaub nicht. Also, um Broadcaster her, sieht's gut aus. Aber bei mir übersteuerst du. Ich weiß nicht, hab ich dich auf... Dings, Dezibel höher gestellt? Ich weiß nicht. Ich kann mich mal ein bisschen runterstellen, so minus zwei. Äh, du hast mich doch vorhin auch noch hochgestellt. Das kann sein. Dann mach ich dich mal lieber minus drei. 3LP. Kommt jetzt ab, das Schild. Oh, jetzt wollte ich schon wieder ne Beschwerde reinreißen. Wie, jetzt was? Ja, ich hab ne Beschwerde... Der Glas-Dieter hat ganz schön abgespeckt, wa? Oh, meine Mutter kommt grad auf den Blick. Der Glas-Dieter hat ganz schön abgenommen, so über die Zeit, ey. So. Schön. Oder vielleicht... Doppelschild. Was? Oh, hab meine Tür gerade zu. Ich hab gesagt, der Glas-Dieter hat ganz schön abgespeckt, über die Zeit, ne? Ja. Ist ein bisschen dünner geworden. Ich hatte nur die Glas-Pennel. Joa. Kann ich nicht machen. Seit wann hast du eigentlich diesen russischen Akzent, den ich nicht machen kann? Seitdem ich Black Ops eben verkackt hab. Achso. Weil Leute nicht spielen können, sondern nur Shield und, äh... Was war das? Bump Gun haben. Shotgun Joe? Ja, Shotgun Joe. Bin so ausgerastet. Ich glaub, ich sollte das doch nicht aufnehmen. Ich stell mir das lustig vor, ganz ehrlich. Nein, das war nicht lustig. Doch, das war bestimmt lustig. Ich hab meine Freunde so zusammengeschrien. Ja, läuft bei dir. Machst du ja öfters. Machst du ja auch bei mir. Ja, natürlich. Wenn wir ihn nicht aufnehmen, weißt du, da flippt der hier total aus. Da reiß ich ihn durch das Headset hier rüber. Genau. Macht er wirklich. Macht er eiskalt. Durch. Eiskalt. Für 100 Likes. Oh, das ist so schlecht, Digger. Oh Gott. Machen wir das hier so? Ich mach grad immer noch Innendesign. Wo steht denn die Crafting Bench? Hier ist die Crafting Bench. Ah, stimmt. Du hast recht, das Portal funktioniert nicht. Wie jetzt? Ach ja. Ja, soll ich mal schnell restarten? Naja, machen wir in der nächsten Folge. Machen wir eh nicht. Doch, machen wir. Nein, machen wir eh nicht. Machen wir in der nächsten Folge. Ich erinnere mich auch. Machen wir eh nicht. Was ist los? Das sieht jetzt unsymmetrisch aus. Da muss auf die andere Seite auch noch eine. Ich werde gleich sowas von sterben. Warum? Was ist jetzt los? Ich hab nur noch einen halben Apfel essen. Einen halben Apfel essen? Das ist natürlich... Ja, bei mir sind das Äpfel. Das ist natürlich schwierig. Also wie gesagt, Themen machen wir dann mal. Wir müssen übrigens auf folgendem Ende machen. Machen wir dann mal so eine spontane Runde. Keine Ahnung. One in the Chamber oder Hide and Seek oder was weiß ich. Was weiß ich. Gucken wir mal. Scream wir hin. So. Kommst du doch mal schnell her oder bist du am Sterben? Ich bin gerade am Sterben. Okay, dann... Ja, jetzt kannst du ja herkommen. Jetzt bist du ja schmiert. Hä, wieso ist dein Bett da hin? Achso, du musst dann einmal schlafen. Okay. Äh, guck mal hier. Wie findest du das mit der Bibliothek? Also mit dem Versauberungstisch? Warum geschlossen? Na, einfach... Sieht gut aus mit dem Rahmen, aber ich denke mal abbauen die Türen, oder? Ich weiß nicht. Ich wollte es ein bisschen abgetrennt haben. Weiß ich nicht. Lass mich alleine. Ich möchte mein Geschäft errichten. Ja, in ein Buch. Guck mich nicht an. Gibt's da für einen Fachbegriff? Äh, Faschismus. Faschismus. Ja. Ja, das war er. Okay, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Das hört mir hier gerade schon wieder alles zu. Nee, ganz ehrlich. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.